hallo und herzlich willkommen liebe wohnmobil freunde liebe mitreisenden heute hier zu diesem video freiheit beim camping freiheit im wohnmobil heute hier mit all powers der powerstation für unseren camper nützt uns das was die vor und nachteile was können wir damit machen viel spaß in diesem video wenn dich das interessiert bleibt dran bis gleich dass du dran geblieben bist zu dem video freiheit unterwegs im wohnmobil und im camper mit der solar powerstation von all powers die haben wir zur verfügung gestellt bekommen von all powers die werden wir einmal testen für euch ob das sinn macht im wohnmobil so eine powerstation mitzuführen in verbindung mit solar das solar zeigt bei euch extra das wollen wir aber draußen machen wenn die sonne richtig wir beginnen natürlich wir zeigen euch mal wie das ganze geliefert wird ja liebe wohnmobil freunde damit wir euch das richtig zeigen können machen wir uns erst mal einen schönen kaffee und werden euch das mal zeigen wie das ganze funktioniert die lieferung ging relativ schnell nach drei werktagen war das gerät hier vor ort wenn euch das ganze interessiert diese solar powerstation bekommt ihr von uns nach einen rabattcode überall powers wenn ihr das dann direkt dort bestellt inklusive allen zubehör und faltbaren solar panels und so weiter bleibt ganz einfach dran bis zum schluss die all powers solar powerstation bekommt ihr geliefert in einem separaten karton hier haben wir den karton schon ausgepackt das ist der karton wo die powerstation eigentlich verpackt hier richtig gut verpackt die powerstation wir finden als erstes wenn man das ganze aufmachen hier wunderschön in styropor verpackt die ganze geschichte hier haben wir die bedienungsanleitung mit garantieheft und so weiter da schauen wir uns dann in ruhe an dann hebt man das ganz mal hoch hier dann kommt natürlich hier das gute stück zum vorschein wir haben hier verpackt zubehör die powerstation ist hier wie gesagt in styropor noch mal eingepackt also da kann nichts passieren hier weiteres zubehör drin hier eine eine tasche genau das so eine tasche mit so einem henkel dran hier haben wir das kabel für das laden am 12 volt zigarettenanzünder für uns kfz und mit diesem xt 60 stecker für die powerstation zum laden dann haben wir ein ladekabel für 230 volt zum anschließen ein kalt ladekabel haben wir hier mit verpackt und dann haben wir natürlich hier ein weiteres kabel mit einem xt 60 stecker und natürlich hier den mc4 für solar das passt dann hier wunderbar ran das wärme auf jeden fall noch mal mit test und dann haben wir hier noch etwas was ist das ja das ist so ort eine art schutztasche die powerstation an sich die nehmen wir jetzt ganz einfach mal raus so schaut das ganze teil aus hier haben wir die powerstation die es 2000 von all powers hier in diesem soll schon mal sagen die schutztasche die powerstation hier in diesem dieser schutztasche zu verpacken da haben wir hier klettverschlüsse dran an der seite dieses wasser tisch dann haben wir hier an der seite einen reißverschluss dran und wir backen das ganze mal aus natürlich empfehlen wir die powerstation nicht in dieser schutztasche in betrieb zu nehmen ganz einfach wegen wärme und hitzeentwicklung hier oben vier mal eine 230 volt steckdose mit 2000 watt steht hier drauf dann haben wir hier eine 12 volt dose fürs wohnmobil wenn wir jetzt sachen anstecken können wir haben zum beispiel hier unsere externe pumpe fürs zelt die kann man natürlich hier anstecken da fällt unser verlängerungskabel weg also haben wir schon die erste möglichkeit die powerstation zu verwenden dann haben wir zweimal usb anschluss und vier mal usb anschluss das haben wir hier dann haben wir hier ein schönes lcd display den ein und ausschaltknopf dann haben wir hier ac das heißt hier können wir bestimmt aktivieren unsere steckdosen und dann haben wir noch mal dc hier das wird bestimmt dieser kombination hier hüben sein dc aktivierung und bluetooth aktivierung und dann haben wir hier eine steckverbindung für unseren xt 60 stecker der passt hier wunderbar rein und da können wir dann hier unsere solaranlage anschließen hier haben wir den den stecker und der kommt dann hier rein somit haben wir alles auf der vorderseite bei diesem all powers ss 2000 somit können wir das teil schön positionieren wo wir wollen wir haben nur einen einzigen anschluss auf der rückseite für 240 beziehungsweise 230 volt 50 beziehungsweise 60 herz für die verschiedenen länder die kaltlade dose wenn ihr das gerät zu hause noch mal separat aufladen wollt aber das wichtigste für uns ist dass wir alles hier auf der vorderseite haben wir schalten das ganze jetzt mal ein und kommen jetzt zu den technischen spezifikationen hier drückt man lang drauf auf den ein und ausschalter und schon zeigt uns hier das display an was wir hier für restlaufzeit habe wie ist unsere akku stand ist hier enthalten eine lithiumionen batterie mit 405 amperestunden rund 1500 wattstunden das gewicht dieser power station liegt bei 14,5 kilo lässt sich aber hier ordentlich tragen mit diesen beiden griffen dies kann man richtig schön anfassen im display zeigt uns an wie lang wir hier eine restlaufzeit haben zurzeit liegt man hier bei 999 weil wir haben nichts an die power station ist voll hier schalten wir ein ac unser lang gedrückt halten dann hört man das wieder lüfter von dem gerät hoch fährt aber es wird uns hier angezeigt dass diese steckdosen hier oben aktiv sind durch längeres drücken schalten wir das ganze hier oben wieder aus und dann haben wir hier durch längeres drücken einen piep ein bestätigungs ton wird unser bluetooth aktiviert da können wir das gerät mit dem app bedienen das zeigt wir euch gleich nochmal und hier aktivieren wir unsere einheit für 12 volt für die usb stecker alles das können wir natürlich auch über das app aktivieren die abmessung für das gerät liegen bei 375 mm x 245 mm in die tiefe und in der höhe 250 mm das gewicht hat man schon gehabt 14,5 kilo und über den xt 60 stecker haben wir hier eine maximale einspeisung von 500 watt also das heißt wenn ihr ein solar panel ein faltbar solar panel mit 400 watt habt was hier auch was ihr auch bei all powers bekommt was wir euch vorstellen werden dann könnte das hier problemlos anschließen über den ac also über den kaltstrom der hinten dran ist zum laden wird hier mit maximal 400 watt geladen die 12 volt kfz dose bringt hier bei uns 13 volt maximal 10 amper die 2 usb c dosen sind aufgeteilt hier mit jeweils 5 volt und 5 amper 9 volt 5 amper 12 volt 5 amper 15 volt 5 amper 20 volt 5 amper also das geht natürlich auch 20 volt und maximal npt von 100 watt die usb dosen die wir hier unten haben 5 volt 9 volt 12 volt jeweils mit 9 2 oder 5 amper das kennen wir ja oder mit 5 volt 2,4 ampere die unteren das ganz einfach mal zur power was wir hier haben 1500 watt stunden haben wir hier 405 amper stunden also das ist natürlich power pur für unser wohnmobil wenn wir jetzt unterwegs sind mit dem camper irgendwo energie brauchen können man das wunderbar hier mitführen man kann wunderbar schnell und einfach auch seine geräte hier an was bringt das gerät jetzt für leistungen was können wir hier für geräte anstellen wir haben ja hier auf den 230 volt steckdosen eine reine sinus kurve das haben wir jetzt mal ausgemessen wir haben auch unsere kaffeemaschine die ist sehr empfindlich die werden wir jetzt hier mal anstecken und das werden euch mal zeigen und dann schauen wir mal ob wir das gerät für unseren camper für unser wohnmobil verwenden können wie wir das verwenden können das zeigt man euch jetzt ja lieber wohnmobil freunde ein weiterer gedanke war von uns dass wir unser wohnmobil ganz einfach hier mit dieser solar power station von all powers natürlich auch extern hier versorgen können über unsere 230 volt landstrom steckdose wir empfehlen euch ganz einfach nimmt nicht dieses kabel wie wir jetzt hier das verwenden denn ganz einfach ihr braucht eine erdung für das gerät wenn ihr ein fehlerhaftes gerät 230 volt verwendet steht ganz einfach barfuß auf einer nassen wiese seid ihr die erdung das ist lebensgefährlich wir weisen euch daraufhin nehmt ein kabel mit einer erdungssicherung das gibt es das wird angeboten schaut ganz einfach mal bei youtube nach oder im netz dann bekommt ihr das wir haben uns das kabel bestellt wir werden das auch verwenden wenn wir unterwegs sind es ist leider noch nicht dort deswegen können wir es euch noch nicht zeigen kauft euch das kabel mit der erdungssicherung das ganz einfach der fi schalter bei 230 volt hier reagiert wenn ihr ein fehlerhaftes gerät anschließt und das in verwendung habt ja der gedanke liegt ganz einfach darin dass wir hier das anstecken an unserer land unserer landstrom steckdose und wir das hier in unserer s2000 von all powers einstecken wir haben das so gemacht dass wir das in die garage stellen mit einer schleife mit einem kabel und von der garage aus versorgen können das ist unsere idee wir fahren in den nächsten tag gehen wir und tour da werden wir das mal mit zeigen vielleicht nehmen wir hier ein paar bilder mal mit raus dass die für euch jetzt interessant sind wir stecken das ganze mal hier rein in unsere power station wir haben jetzt nicht aktiviert die 230 volt das machen wir jetzt ganze und jetzt schauen wir mal nach wird unser wohnmobil mit strom versorgt so wie wir das wollen wir sind jetzt hier im wohnmobil so schaut es aus jetzt machen wir mal ein bisschen licht aha also wir haben jetzt hier 230 volt unser wohnmobil wird geladen als während wir jetzt hier an landstrom und unsere aufbau batterie wird geladen mit 13,9 volt und unsere fahrzeugbatterie wird auch geladen mit 13,9 volt also das passt hier fließen jetzt ich zeige es euch mal 33 34,4 ampere wird jetzt hier eingeschleift in unsere salon mit 13,7 13,8 volt die fahrzeugbatteries habt ihr gesehen wird mit geladen wir liegen jetzt bei 97 prozent 194 amperestunden also ihr habt es gesehen liebe wohnmobil freunde es geht es funktioniert so wie wir uns das vorstellen das heißt wenn wir die powerstation in die garage stellen und ganz einfach mit einem kabel verwenden an unseren landstrom wird das funktionieren denkt natürlich an die erdung weil wir haben auch außen steckdosen denkt an das erdungskabel versorgt durch das erdungskabel ihr seid sonst die erdung und strom durch körper es gibt leute die vertragten das nicht ganz so toll meistens kann das ganze nämlich tödlich enden wir weisen ganz einfach darauf hin wir haben uns das kabel bestellt wir werden das kabel natürlich mit verwenden weil das uns ansonsten zu gefährlich ist wenn wir ein defektes elektrisches gerät hier in verwendung nehmen wir haben externe geräte die man im sommer draußen verwenden und natürlich zum nachladen wenn wir jetzt strom brauchen fürs wohnmobil für unseren camper natürlich findet das gerät auch anderweilig gab gebrauch und verwendung bei uns denn strom brauchen immer zum nachladen auch wenn wir jetzt draußen sitzen im sommer sind stromunabhängig wir können diese mit anschließend an unsere solarpanel an unsere solaranlage ein ganz besonderes feature hat natürlich diese all powers power station auch denn wir können diese ganze geschichte diese ganze power station hier über das app bedienen und das werden wir euch ganz einfach mal zeigen wie das funktioniert in der beschreibung von dieser power station habt ihr einen qr-code den kennt ihr als kennen da findet ihr natürlich das app das blenden wir euch mal hier mit ein dass all powers app das ladet ihr euch ganz einfach runter für alle gängigen smartphone betriebssysteme ist das natürlich erhältlich wir haben es jetzt hier von apple store runtergeladen so schaut das ganze aus wir klicken jetzt hier drauf auf das app bei uns erscheint jetzt hier die erste maske zum beispiel bluetooth geräte wie viel geräte wir werden auf jeden fall erst einmal hier unser gerät einschalten jetzt sind wir hier wieder bei 98 prozent okay wir haben wir als wohnmobil mitgeladen also ist immer hier haben wir hier zwei prozent entladen wir sind gerade rein wir gehen jetzt hier auf dc und drücken lang halten das mittels fünf sekunden gedrückt und dann bekommen wir einen bestätigungston dass die bluetooth verbindung von dem gerät aktiviert ist dann klicken wir hier oben ein plus hinzufügen und gehen hier unten drauf auf das nächste auf den nächsten schritt jetzt kommt natürlich unsere all power s 2000 v 20 zeigt sie an hat er gefunden jetzt werden wir das ganze aktivieren die verbindung wird hergestellt und sprich haben wir die verbindung und ihr seht wir haben jetzt hier identisch die gleichen daten das heißt 98 prozent sowie das gerät jetzt ist können wir das 1092 stunden also 45 tag und zwölf stunden noch verwenden und wir haben zurzeit keinen strom abnehmer wir können jetzt hier zum beispiel ac also 230 volt über das app aktivieren ihr hört ihr habt jetzt hier gesehen es wird zugeschalten wieder aus wieder an der lüfter startet das sehen wir hier das zeigt sie an und wir können natürlich auch dc aktivieren wie wir es hier haben und jetzt ist diese seite hier komplett aktiviert wir haben oben einmal eingang und ausgang beim eingang wird uns angezeigt wenn wir das gerät laden und bei ausgang wenn wir jetzt ein verbraucher dran hängen haben wir zeigen euch das jetzt noch mal wenn wir die kaffeemaschine verwenden und das seht ihr das noch einmal wie das ganze jetzt hier auf dem display zu verfolgen ist das schöne ist dass wenn das gerät bei uns in der garage steht kann ich das hier über das app einschalten landstrom und wieder ausschalten das finde ich total klasse das ist für uns in der vereinfachung also auch ein nutzen und ein mehrwert für unsere anwendung hier im wohnmobil im camper so liebe wohnmobil freunde jetzt testen wir das ganze noch einmal mit dem app und unserer kaffeemaschine ihr seht 1092 stunden 15 minuten 45 tage zeigt an wir haben jetzt nichts aktiviert wir stecken unsere kaffeemaschine einmal ein in unsere power station und aktivieren an unseren all powers an unserer s 2000 die 230 volt steckdosen über das telefon über das app das haben wir gemacht und jetzt aktivieren wir unsere kaffeemaschine also ist fertig und jetzt fangen wir mal an und ihr seht unsere kaffeemaschine zieht hier 600 dann 1097 1100 watt sieht unsere kaffeemaschine jetzt aus unserer power station wir sind wieder bei 100 prozent komischerweise aber wir werden das ganze mal beobachten 99 prozent wir hätten jetzt hier eine restlaufzeit von zirka einer stunde drei minuten wenn unsere kaffeemaschine nun stop so weiter laufen würde mit 1100 watt würden wir eine stunde und drei minuten hinkommen das ist ganz schön beträchtlich also das ist viel power wenn man das so sagt und jetzt ist unsere kaffeemaschine fertig wir haben jetzt hier noch nachlauf von unserer kaffeemaschine mit 1000 watt die heißt dann meistens die nächste tasse noch mal auf wir können aber jetzt über das app zum beispiel um strom zu sparen unsere steckdose deaktivieren somit geht die kaffeemaschine aus und alle 230 volt verbraucher sind hier von der power station getrennt die all power station ihr habt es gesehen liebe wohnmobile freunde die geht natürlich mit uns auf reisen in den nächsten tagen wir machen jetzt hier unsere tour ein paar tage da werden wir das teil mal ausgiebig testen in der garage werden wir das mitnehmen was unschlüssig ist ist noch dass die energie schwankt die prozentuale anzeige ein handliches gerät die wichtigste technik in dem gerät ist verbaut ein lithium-ionen akku ein mppt laderegler für solar dann haben wir einen wechselrichter verbaut mit 2000 watt in spitzenleistung von 3000 watt wird angegeben das haben wir noch nicht getestet die anlaufleistung das gerät ist solide und robust verbaut hat ein schönes design ist handlich und schön zu bedienen natürlich auch über das app wie ihr das gesehen habt ihr im video all powers und wo reisen bieten euch natürlich auch fünf prozent an fünf prozent wenn ihr das nutzt bei all powers klickt ganz einfach hier auf den bestellcode auf den link dann gelangt ihr mit den gutschein mit den fünf prozent rabatt gutschein zu all powers und dann könnt ihr das nutzen das gerät und natürlich auch die solar panels wen das interessiert ganz tolle geschichte wenn ihr fragen habt unten in die kommentare wenn euch das video gefallen habt freuen wir uns natürlich wie immer auf einen daumen nach oben und falls ihr es noch nicht getan habt das kostenlose abo für euch dann verpasst ihr keine weiteren videos wenn ihr die auch die glocke aktiviert werden immer darüber informiert wenn wir die neuen videos eingestellt haben wir wünschen euch eine schöne zeit bleibt schön gesund eine schöne tour wenn ihr wegfahren wollt wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten plätzen der welt bis dahin viel spaß bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal